ich habe hier ist schon vom style ich finde den style von allen einfach super lässig wenn ja das nicht langweilig bitte sanjata finde ich ziemlich langweilig die russer hin oder was nee das ist der support ah ja stimmt habe ich schon das weiß ich nicht du mich ist ja nicht gewissen niemand hat die absicht an der mauer zu bauen genau und tschüss ist klar wieso triffst du jetzt ausgerechnet mich der typ der charts irgendwo gefühlt rein und mich kriegt er gerade so der hat mich nicht mal gesehen doch da aber was für ein glück schon kommt schon kommt schon der wird diese laufwege nicht immer das gefühl zu ewig weit werden geschießt auf die beine a gott so mal hier ein bisschen schrott sammeln alter du und bist auch hartnäckig hast denn die scheiße von dem gelaufen naja das geht du mit deinem typus weg den kamikaze reifen erledigt was ein daumer naja gut das war natürlich quatsch dass das drei leute so drinstehen alter da habe ich jetzt aber mal gerade so eine derbe action gemacht also das war jetzt gerade mal richtig nice besser die fänden no chance das war jetzt echt nice also das hätte potenzial aufs highlight des games sogar wie viele reifen höre ich eigentlich ja krass ich verstehe auch nicht wie schnell die idee immer wieder da haben wieder reifen naja es ist abnormal wie lange die sniper tante von denen noch bock hat gegen mich zu sniper läuft so gut grad für die kriegt man jemand anders aber für passiert ist man hat schon bei system bei uns die leute es tun sie gerade in der tage also haben wir jetzt zweimal in der gabe zwei rennen tor team wurde ausgelöscht ja das war es wohl damit euch jungs und mädels also das ist glaube ich gerade das beste was bisher an torbjörn gespielt und geglückt habe jetzt gibt es nicht jetzt kriegen die da echt gerade noch jetzt den punkt oder teilweise ist es ja wirklich zum mäuse melken teilweise ist es ja wirklich zum mäuse melken also das so die ja alles klar der weg jetzt habe ich gedacht ich könnte mit meiner ulti vielleicht aus der distanz wird man geschützt was weißen aber scheinbar haben sie da einen guten push wo ist denn hier heilung ich kenne mich so auf der kart einfach nicht so wirklich prickelnd aus jetzt bin ich bald beim spawnen sitzt zweimann schluss haben dieses potenzial so jungs aber jetzt war es das ja da hat er lieber noch da oft das geschützt geschossen als das zum kart gelaufen wäre sehr nice wusste ich doch den habe ich auch noch genau wenn also es war es war eine sehr vernünftige runde 23 eliminierungen war eine schöne runde vielen dank bis bald macht's gut ich wünsche euch